Und damit moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu LEGO Batman 1 und mit dabei ist natürlich immer noch wie gewohnt der Robin und damit der Black Knight. Hallo, hallo. Und ja, heute machen wir weiter mit den Penguin Missionen. Und zwar mit Level 4. Das ist Zoos Gesellschaft, glaube ich, ja? Ja. Dr. Kirk Langstrom, auch bekannt als Man-Bad, war ein Experte in Säugetier-Biode. Er wollte durch einen Selbsttest seine Taubheit heilen. Das Serum hat ihn in eine menschengroße Fledermaus verwandelt, was ihn super stark macht und ihm die Fähigkeit zu fliegen verleiht. Oh, let's go. Sieht ein bisschen düster aus. Ja. Hm. 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 Ich will gucken, ob er ist. Das ist einfach. Perfekt. Jo, nice. Was war das denn? Jo, wo kommen die denn her? Warte mal. Jo. Okay, oder so? Perfekt, du fällst erst mal ins Wasser. Stark. Jo, weg mit euch. Sag. Oh. Jo, okay, okay, okay. Warte mal. Okay. Chillt mal. So, mein Dings. Jo, wo kommen die denn alle her, Alter? Hilfe. Okay. Was ist hier los? Was ist hier los? Die wollen es auf jeden Fall wissen. Ja. Ah, okay, warte. Da war, glaube ich, irgendwas, wo du hochlaufen kannst. Zumindest, glaube ich, draußen. Ja. Oder kommen wir mit? Ja, genau, hier. Geh da mal hoch. Stark. Sehr gut. Robin ist the chosen one. Natürlich. Guck ihn dir an. Warte mal. Okay. Ach, die Kamera, die hat keinen Bock. Zerstör mal die Fenster. Oh. Ah. Okay, nice. Okay. Jetzt kannst du auch hoch. Warte mal, kriegt man da nicht irgendwie Geld oder so? Ja, perfekt. Danke, Spiel. Dann daneben nicht. Okay, okay. Ah, okay. Ja, geil. Weiter kommen wir nicht. Stark. Ja. Wow. Spiel gönnt mal wieder. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch irgendwo ein Minikit versteckt ist oder so. Liegen die wirklich? Warte mal. Hier ist eine blaue Minze, aber... Nö. Geht nicht. Ich kann dir nicht einsammeln. Eie. Batman ist der krasseste. Mann. Warte mal. Ich kann mit dem nichts machen. Hä? Was ist denn das? Was soll das? Egal, gehen wir mal weiter. Mal mit. Äh, ich glaube, wir können einfach so weitergehen. Vermute ich jetzt mal. Das gibt es auch noch dazu zu zerstören. Jo, okay, okay. Direkt. Ich wollte es auf jeden Fall direkt wissen. Das gibt es auch noch dazu zu zerstören. Für dich. Dankeschön. Ah, okay, jetzt kann ich da, glaube ich, rüberfliegen. Perfekt. So, da gehe ich dann mal hin. Dankeschön, Spiel. Jo, jetzt aber. Jawohl. Ja, und jetzt? Ja, nimm mal erst gleich deinen Dings bummerang. Ja, oder so. Junge Robin, was ist los? Easy, Alter. Er will sich aber ganz schön beweisen, der Typ. So ist es, Alter. Kann auch was, der Junge. Weg mit euch. Jawohl. Guck mal, ich überfahre die Typen. Nice. Geil. Er liegt mal schön auf dem Boden da rum. Liegt er da noch? Jawohl. Nice, ja. Tschüss. Nice. Kannst auch mal mit dem Ding fahren. Ja. Jo, warte. Geh durch. Nein. Ey, Mann. Warum? Derb doch. Geht hier irgendwie hin? Ja, aber nicht da hoch. Glaube. Ne, ich komme da nicht hoch. Schade. Ja. Da braucht man einen anderen Charakter, der schneller, bzw. höher springen kann. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Alter. Jo, Alter. Übertreibt halt komplett. Ich habe gerade eben meinen Bumerang komplett durchrasiert. Okay. Das ist immer noch so nice. Warte, warte, warte. Ja, egal. Du sagst. Oh, geil. Man muss sich dem nicht mal nähern. Einfach mit dem Bumerang. Damit wird es gehen. Jawohl. Ne, warte. Ja, mit dem Ding da hoch. Aber wie komme ich da hoch? Das ist die andere Frage. Ja, geil. Dieses Game, ey, Mann. Warum mobben wir schon wieder? Nö. Nice. Das, das fehlt nicht. Aber wir können da rein, glaube ich. Jawohl. Hallo. Warte mal, warte, bleib mal kurz stehen. Bringt das jetzt mal zwei, oder wie? Nö, hä? Das sind auch genauso viele Münzen. Hä? Ah, ja. Dann muss er hochkommen. Oh, moin. Den reiten kann ich nicht. Aber warte, ich verdiene auch Leben. Hä? Hä? Weißt du nicht wohl zurück, oder was? Ich glaube schon. Ja, pass auf. Oh. Ja. Aha, nicht erwischt. Wie gesagt. Geil. Robin, der Meister. Können wir das schaffen. Wir schaffen das. So, geht da durch. So. Da geht es, glaube ich, wieder ab. So, warte mal, ich höre irgendwelche Schläge. Kann nicht. Ah, man kann auf die Infanten reichen. Warte hin. Da war gar nichts. Weißt du es? Ja, so ganz leicht. Aha, Minikill. Weißt du? Ah, da ist es. Es gehört, ne? Ja, so ganz kurz. Da kloppen sich irgendwelche. Jawohl, hier seid ihr. Die Ehrenlosen. Weg mit dir. Genau, das gleiche gilt für dich. Ey, da hinten. Da gibt es auch Stress. Ah, hier schon wieder. Mobbing. Ich kriege dir aber, glaube ich, trotzdem. Genau. Perfekt. Ah, das ist klar. Weg mit euch, ey. Da, jetzt. Musst du deinen Anzug Taken. Ah, okay. Jetzt kannst du das hier bedienen. Äh. Nee, noch nicht. Müsste eigentlich. Doch, doch. Natürlich geht das. Wie, hä? Irgendwas fehlt. Oder was? Hä, wir haben ja alles eigentlich, eigentlich alles angesammelt. Was will das Spiel von uns? Perfekt. Wir haben schon alles gemacht. Check es nicht, ne? Kein Plan. Keine Ahnung. Nein. Oh, Mann. Oh. Ey, die schießt noch auf uns. Warte mal. Äh, jetzt. Das gibt's. Nein, nein, nein. Kann mal durchs Wasser. Da, warte mal. Ich hole dich. So. Hier. So, weil, die Beide sind auch tot. Nice. Ja. Sind ihr nicht gerade die sympathischsten Tiere? Das ist so. So, jetzt. Ah, okay, okay, nice. Jetzt gibt's ne Brücke. Perfekt, da kann ich nicht durch. Geil. Nö. Ah, warte, da kann ich irgendwas aufbauen. Aha. Warte mal, bringt uns das was? Können wir doch eigentlich durchfahren, oder nicht? Eigentlich. Ja. Geht aber nicht. Ey, das ist um die Brücke, ne? Ja. Ach, Mann. Okay, warte, dann musst du da gleich nochmal mit Robin hin. Perfekt, ich falle hier nicht runter, geil. Nice. New. Tag. Sieht sehr gesund aus, was wir da machen. Ja. So, jetzt musst du da hin, komm. Vielleicht ein bisschen kalt, aber egal. Ah, passt schon. Junge Batman, Alter. Was ist falsch? Was machst du? Was machst du? Warte, du kannst dich steuern. Ja, du musst, glaube ich, da hoch. Ach so. Ja, auch mal bemerkt. Ah, jetzt kannst du den Schalter, glaube ich, da aktivieren. Müsste, glaube ich. Ja. Geh ich hier rein? Ah, perfekt. So. Rein mit dir. Hä? Was bringt mir das jetzt? Ah, warte mal. Bestimmt gleich, weil ich, äh, Dings, den Schalter da freischalten kann. Also halt mit meinem, Dings, Strahler. Ach so, ja. Durch die Vibration oder keinem, was das sein soll. Hallo? Kann man die Scheibe hier kaputt gehen? Nö. Jawohl, geht doch. Ja. So, weiter geht's. Robin fühlt sich auch so. Guck mal, guck mal auf dein Gesichtsausdruck. Dieser Typ. Wie der guckt. Oh, ja. Ja. Ich reihe hier meine Elfanten. Jo, Alter, was geht hier denn ab? Warte, warte, warte. Kein Stress, kein Stress. Ja, okay, okay. Oh, Junge, der Bumerang. Der killt sie. Zack, eliminiert. Was? Oh, komm, die nächsten, warte. Ah, schade, warte. Warte, den kriegen wir auch noch. Warte, warte, warte. Ja. Komm, wir sehen. Nice. Warte, warte, warte. Hey, ganz gechillt, ganz gechillt. Ich mache euch hier die Fika nicht schmutzig. So, was ist das? Ja. Ein bisschen näher. Einnahmen bekommen? Komm, ja, okay, jetzt. Jetzt gibt es noch Stress. Boah, Junge, wo flogt der denn hin? Alter. Tiger. Junge. Chill mal. Er flog komplett ins Nirgendwo, Alter. Den sah man nicht mehr wieder. Nee. Ah, warte. Jo, hä? Okay, alles klar. Ich springe einfach auf eine Seerose rum. Okay, schön. Nichts. Wild. Minipack. Einfach so. Perfekt. So, jetzt. Hey. So, jetzt aber. Können wir da rüber. Warte, da hinten gibt es auch noch was. Was? Perfekt Timing. Ja. Oh, warte, das stimmt. Das ist nicht ganz so optional. Jawohl, ich bin drüben. So, warte. Hä? Warte, warte, warte. Komm. Also es scheint kein Bock mehr. Nö, er ist weg. Weiß die Kamera hoch. Aber was gibt's da? Was ist das? Da liegt auch ein Miniket rum. Wie ist das? Wo? Da, hier. Aber das kann ich befreien. Oh, warte, uns fehlt auch nicht mehr viel. Dann sind wir Superheld. Beziehungsweise Superheldin. Eigentlich im weiblichen Sinn, aber die Mehrzahl. Ach so, ja. Aber ich glaube, man hat schon verstanden, was ich damit sagen wollte. Ja. Ja doch, hier sind doch. Ich will den doch kriegen, aber das Spiel erlaubt es mir nicht. Sag, du bist das. Ja, ich auch. Okay. Nice. Komm her. Geil, Alter. Oh, das feier ich so in allen Games. Das ist wirklich arg. Geil, Alter. Einfach ein random Trokodil. Nice, ey. Ich glaube, das war jetzt nicht so vorgesehen, aber ja gut. Das war jetzt nicht geplant. Ja, ist so. Ah, nice. Willst du auch mal kommen? Ja, geht doch. Perfekt. Ja. Geht. Hey. Oh, fehlt auch nicht mehr viel. Moin, Meister. Okay, Digga. Leben hat er uns in zwei, vier, sechs, acht, zehn wieder. Ja, schön. Will der Typ, warte mal, ich will aber erstmal fast genug Stats. Ich will das noch erreichen. Na ja, warte. Hier die noch. Ja, kommt, der blaue muss reichen. Ja. Jawoll, well, let's go. Nice. Jetzt willst du einen Typen killen. Komm jetzt. Er wirft irgendwelche Bomben. Er fliegt. Jo, Alter. Junge. Oh. Alter. Digga. Junge, er macht ernst. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Hilfe. Junge. Über drei. Alter, gut, dass wir es noch hinbekommen haben. Mit Superheld. Digga. Jo, Alter. Wir verlieren ja nur Stats. Was ist denn? Was ist denn? Mit dem Boomerang? Komm. Dann lenke du den mal ab. Ich versuche hier mit dem. Ja, ich glaube, wir müssen mit dem. Alter. Hilfe. Alter. Geh, 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 geh. Dafür müssen wir erst mal warten. Er fliegt einmal dort und dann wieder zurück. Ja. Wollte ich doch nicht machen, Mann. Ah. Da kommt, nein, nein, das bringt nichts. Wir müssen hier hin. Warte. Der ist auch. Ja. Nur so ein Trichter. Keine Ahnung, was das sein soll. Ah, schieb das ran. Warte. Oder ich mach das kurz. Pass doch. Hä? We're lost. Ah, jetzt. Okay. Ja, stark. Hä? Da ist er. War weg mit dir. Ey, komm her. Du wirfst dich noch. Ey, Mann. Ehrenloser. Wir wollen auch Stress. Zack, weg mit euch. Aber wir müssen das jetzt wieder aufbauen. Ja, schaffen wir. Ja. Okay, er wirft die Bombe random. Also, der trifft uns jetzt erstmal nicht. Ja. Komm. Direkt mit dir. Jawohl. Let's go. Dumping knackt mit dir. Ach, stark Profi. Er ist es. Oh, Robin fühlt sich auch. Digga, Robin fühlt sich richtig. Nice. Level abgeschlossen. Freispiel, freigeschaltet. Sorry. Jawohl. Superheld. So muss das sein. Helden zu knacken. Let's go. 300.000 Stats. Und die werden auch im nächsten Part schön ausgegeben. Denn, wie wir ja wissen, beziehungsweise oder auch noch nicht wissen, für die, die das Spiel noch nicht gespielt haben, denn im nächsten Part, da spielen wir nämlich das letzte Level der Penguin Mission. Und da werden wir nochmal richtig Cash ausgeben. Ja. Das wird nochmal richtig nice. Deswegen, schaltet morgen ein, beziehungsweise übermorgen, zu einer weiteren Folge von Lego Batman. Und ja, ich muss sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.